Guten Tag, hier spricht euer Peter Game. Wir spielen heute wieder Stellraum und das tut gerade. Jetzt schauen wir mal, wo wir hinwürfen. Ah, das sind die Kleidung. So, das sind die Klamotten von den Leuten. Okay, du hast nochmal die Klamotten. So, Leute, gehen wir mal da rein. Oh je, sieht hier heftig aus. Mal schauen, was jetzt abgeht hier bei diesem Teil, oder Leute? Oh Mann, Scheiße, was für ein Blutbad ist hier passiert. Oh, Alter. Heftig. Aber zuerst gucken wir mal die Leiche unten. Alter, sieht hier heftig aus, oder Leute? Das Gesicht. Oh, ne Wunde. Alter, ist aber heftig, oder Leute? Oh, das Blut der Pool hat getropft. Ja, der hat doch ziemlich Ding aufgangen. Ah, die Hand. Der war verheiratet, oder? Okay, die... und schmutzige Hände hat das. Wir holen doch mal. Okay, es ist so auf PL, coeur das... Okay, das können wir alles testen. Oh, ein Schlüssel. Einen Schlüssel, mal schauen wo er ist, weil er nur noch mehr ist. Äh, das ist noch besser. Bitte mal ohne zu, des Blutem. Oh, gleich mal gute Sachen, wir prüfen mehr. Aber die leisten nicht fest, aber die fehlen doch noch was. Okay, das ist ein Heft. Gucken wir uns jetzt noch so ein bisschen an. Und wir können gut. Okay. EU damit wir eben auch auf Finnern Bluthermmer und Assen das Gesicht aber ich nicht fehlen nur noch irgendwie komisch die Leiste sind fertig, aber gut. Hä, du hast eh noch was zu machen. Guck mal mal weiter, oder? Na du eh noch was zu machen. Schauen wir mal weiter, oder? Fragen wir einfach die Leute dann noch. Ja, okay, wir sind auch nix. Okay, das ist heftig jetzt, Leute. So, Leute, schauen wir mal weiter. Wollen wir da noch? Genau, das ist echt hart. Guck mal, da noch mal bis hin. Aber eben fehlt noch was. Vielleicht untersuchen. Hm, hmmm. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Schau, Watson. Aber was soll denn da noch so eine Stelle sein, wo wir noch untersuchen müssen, Leute? Ich weiß nicht, ob wir noch untersuchen müssen. Wir sind fertig, aber was hin? Die rechte Hand, die rechte Hand? Schau, Watson. Er hat einen Ring. Er hat ihn sehr vermutlich entfernt. Er hat ihn vor der Steam-Session. Er hat ihn viel höher, da wird eriget. Er hat ihn viel höher. Wird er aufb werten? Okay, dann. Ich muss mal gehen zurück. Wir haben ein paar Sachen zu analysieren. Okay. Dann geht's mal. Wir haben ein paar Sachen, aber analysieren. Und ich muss gehen zurück. Und analysieren erst mal die Sachen. nun und anschauen und nun auch lief in der reise in der parte erkannt die leise mit kann Ah, Handgelenk. Ah, und das Handgelenk war noch. Aber die Spuren, die wir haben, haben, die tun wir jetzt mal raussuchen. Genau, jetzt gehen wir zurück und tun die Spuren mal überprüfen, Leute. Frag ich mich auch, wie er das gemacht hat. Er ist ein Arzt, oder ein Geist. Oder er wollte, dass ich auf das Fall gebracht werde. Wahrscheinlich das dritte. Du bist schuldig, weißt du das? So, nochmal, vielleicht fragt, sagen wir jetzt noch jemand? Nein. Nein. Okay, dann gehen wir jetzt zurück in unserem Haus. Und dann tun wir die Sache im Gemeinden. Mal gucken, ob er irgendwas... Noch nicht, aber bald. Okay, da kommt man so hin. Aber zuerst, geht man hier raus. Ah, ey, gut. So, jetzt tun wir erst mal, wie gesagt, die Dinger überprüfen für die drei Sachen, die man gemacht hat. Und vielleicht fiel mal so mehr Sache raus. Das ist dann so gut, oder nein? Ich merke, was rauskommt. So, schauen wir mal, was wir rauskommt hier. Bei den Spurengesicherten Sachen. Jetzt müssen wir noch Schmutz analysieren, wir mal ein bisschen. Okay. Partikel von weißem Ton. Ja, okay. Okay. Weit. Weit. Okay, jetzt erst einmal jetzt mal analysieren. Jetzt tun wir das Blut analysieren. Ist auch mal wichtig. Aber echt sehr merkwisch, ja. Okay. Okay. Man muss nicht printen, das. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Let us see what is inside it. Okay. Dann machen wir das mal. Okay. 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 imin Loud marshmallow. Ja. Okay. Okay. man leute ich komme gerade auf den wald oder im tummelswald springen wohnen wiesmann es hätte lediglich mit wohnen amit war mit viel wasser verkehrt es ist sinnvoll präsenten wir müssen wir wollten wird nur monat werden schütteln wir sind schnitzel damals in der pläne die ganzen hinweist wir wollen mit dem verbruchten schnitzenden vorhanden was das schlug und beurteilt schau mal wo was das bedeutet der komo gleich sehen Warten wo glaub ich den Mann der dort wohnt, haben wir schon ein paar... Sehr flüssiges Blut, okay, nun nix bekommen, aber ich werde schon bald missen, um was für hier was abgeht, oder Leute? Jetzt fragen wir erstmal immer wieder nach diesen Schlüssel, woher der Schlüssel herkommt. Okay, der wurde geklaut dann. Naja, du nicht. War doch falsch gewesen, noch ein weiter. War doch der Telegram, richtig. Okay, dann morgendliche Telegram. Du bist nicht der Wahrheit, Herr Phillips. Du verlassen deine Arbeit heute Morgen, und du gehst zum Postoffice, wo du ein Telegram an ca. 7.30 Uhr Okay, dann hörst du... Nein, ich... Der Telegram war für jemanden in Manchester. Herr Holmes, es ist Imp... Ich werde dir alles erzählen. Ich lasse die Baths an 7.20 Uhr. Meine Freundin hat mir vorhin gesagt, und sie brauchte eine Antwort. Unsere Mutter ist nicht gut. Ich bin weg für 20 Minuten. Und ich verletzte die Baths auf meinem Weg raus. Hast du eine Antwort von deine Freundin bekommen? Nein, sie war nicht so. Ich habe nur gesagt, dass meine Uniform von der Schule in der Schule so dass sie für die Medikation kann. Hast du checkt, um zu sehen, ob die Schlüssel noch in deine Tasche war? Nein, ich habe nicht. Bitte, Herr Holmes, nicht sagen die Polizei über das. Herr Gregory würde mir die Schlüssel geben. Ich brauche diesen Job. Okay, hm... Ja, es helft sie, aber es helft sie schon mal. Es helft sie schon mal. Okay, jetzt gehen wir nochmal da mal zurück. Schau mal, ob noch... So was das... Schau mal, ob da noch irgendwas... Das weiße Schlüssel wurde dann geklaut. Sieht so aus, Leute. Dass dann mal geklaut wurde. Aber... Ey, die stehen ja immer noch so rum. Aber da muss ja einer gehört haben, wie die Türe zu quatschen, ist abnormal. So, Leute. Aber jetzt gehen wir noch ins andere Raum. Ne, der Raum war ja noch was. Wir haben ja noch was gefunden. Wir gehen mal jetzt so mal hingucken. Und schauen mal, wo... Was da ist. So, drüber haben wir ja... Wir haben auch Türs gemacht. Oh, ich zieht... Gehen wir mal hier rein ins... Ja, das ist... Frigidarium. Aha. So, Leute. Gucken wir mal da mal. Ah, sehr. Dann gucken wir erstmal hier mal benutzen. Das ist recht kalt. Und das sehen wir mal. Oh, ja. Wie nicht sein? Da war auch schon locker. Okay. Dann machen wir mal auf den Kasten. Äh, das sehen wir jetzt. Wo fehlt einer. So fehlt einer, obwohl sie geklaut sind, der irgendjemand. So wurde was geklaut. So wurde was geklaut, ja, in dem Büro. Könnte man lesen und tausend nach einer Gesele. Okay. Schön, wie eine Zeitung aussieht. Dedele Miro. Okay, schön. Guck mal, weil es nur die Herleitung ist. Na, es ist immer noch keine neue Herleitung. So, dann bin ich ganz fertig. Okay, so. Ah, noch eine Zeit, die Time. Warte, wir machen's gefunden. Aha, die Zeit. Jetzt weiß ich gleich, warum Leute. Da wurde was gefunden. Und durch das Grieb wieder im Grieb. Ich meine, wir finden aber viele Grieb. Welchen was Großes ist da gefunden, oder Leute? Welchen was Großes ist da gefunden worden? Oh, nein. Das ist immer noch fertig. Ah. Okay. Ah, das würde ich mich jetzt gerne nur wissen, was das ist. Oh, hat er eingepackt. Ah. Okay. Das machen wir dann auch. Dann machen wir hier in dem Raum Zeitungen. Dann gehen wir in Sascha. Dann gehen wir in Sascha. Und in Sascha. Okay. Gut. Okay. So, gucken wir mal. Warte, das war was. überwärts bilden anhand dies okay für was brauchen denn okay dort sind wir uns wir gehen jetzt in unser Archiv zurück und gucken was es für Ägypten war Aber da, das Archiv, zieht erst beim nächsten Mal, somit da, euer Peter Gehm, tschüss, bis dann.